Was bedeutet das insgesamt für die Kampfkraft der russischen Truppen? Ja, da gibt es auch die unterschiedlichsten Sichtweisen, gerade auch im Westen. Die Briten haben unlängst gesagt, dass die Verluste der russischen Truppen so groß gewesen seien innerhalb dieses Krieges, dass sie wohl zehn Jahre brauchen würden, um wieder auf die Beine zu kommen, um ihre Kampfkraft, die sie vor dem Krieg hatten, wieder vollumfänglich zu erreichen. Aber da gibt es auch ganz andere Meinungen wohl, wie wir jetzt über das Kreml-kritische Portal Echo mitbekommen haben. Und zwar beziehen sich die Kollegen da auf das US-Außenministerium, wo es heißt, dass die Russen die Waffenindustrie so angekurbelt haben, dass es ihnen wohl gelungen ist, auch mit der Hilfe von China, die Kampfkraft, die sie einmal hatten, zu einem großen Teil schon wieder herzustellen. Also was da jetzt genau Sache ist, ist schwer für mich einzuschätzen. Aber was ich weiß, ist tatsächlich, dass die Russen ihre Waffenproduktion stark forciert haben und dass da auch Erfolge verbucht werden können bei der Produktion. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass tagtäglich auch Kriegsgerät verloren geht und mitunter auch massiv, weil die Ukrainer eben verteidigen und versuchen zu zerstören, was man zerstören kann. Christoph Wanner, Dankeschön für diese Einordnungen direkt aus Moskau. Danke. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Vielen Dank.